Hallo liebe Floro-Konzertbesucher. Heute mal eine andere Location in unser Floro-Büro. Wir sind die Floros. Der Florian und der Robert. Auf meiner Seite hallo. Wir haben die magische Marke von 1000 Likes auf Facebook gereicht. Aus diesem Grund haben wir ja eine Verlosung reingestellt und man kann Konzertkarten gewinnen für die Christina Stürmer am 24. Mai bei unseren Pfingstkonzerten. Und jeder der mitspielt hat, den haben wir hier reingegeben. Der Robert wird jetzt ziehen und wir freuen sich. Und der glückliche Gewinner, der, wie gesagt, kann sich um zwei Kappel freien. Und natürlich auch um die Konzertkarten. Viel Spaß und viel Glück. Es ist nicht nur die Christina Stürmer, sondern auch der Julian Leblay dabei. Stimmt natürlich. Da er zwei Konzerte einstiegelt. Das müssen wir noch dazu sagen. Danke. Schauen wir mal. Gewonnen hat... ...Norwehr. Riecher Norwärts aus Wöls. Ja, du weißt es schon. Ja, den kenne ich. Viel Spaß und wir freuen uns auf die Konzerte und selbstverständlich am Riecher Norwärts auf den Gewinner. Viel Pech.